Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute möchte ich euch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen und die Frage klären, warum ist das Fax denn immer noch so relevant im B2B Bereich? Warum liebt der Kunde es zu faxen? Um die Frage zu klären, möchte ich euch zuallererst einmal mitnehmen auf eine kleine Reise. 1843 war sozusagen die Geburtsstunde des Faxes. Alexander Bain hatte damals die Bildtelegrafie erfunden und das war eigentlich so die Geburtsstunde des Faxes, zwar noch nicht digital, aber zumindest analog. 1979 wurde es dann digital. Dort wurde der erste Faxdienst eingeführt von der Deutschen Bundespost und das war eigentlich dann so die Geburtsstunde von dem Fax, wie wir es heute kennen. 1994 war nicht nur für mich ein erhellendes Jahr, sondern auch für den Online-Handel. Dort wurde nämlich der erste Online-Shop rausgebracht und mittlerweile sind wir in 2020 angekommen. Wir sprechen heutzutage über Voice-Commerce, wir sprechen über Car-Commerce, wir machen alles nahezu über das Handy und tagtächtig gibt es neue Trends, die andere Trends ablösen. Und daher noch einmal die Frage, warum liebt der B2B-Kunde es zu faxen? Um die Antwort zu geben, muss man ein bisschen weiter ausholen, weil im Endeffekt könnte man sie relativ simpel beantworten. Nämlich das Fax ist einfach, das Fax widerspricht nicht und das Fax ist 24-7 verfügbar. Also eigentlich der perfekte Mitarbeiter. Aber dahinter hängt wesentlich mehr, weil seit 1979 bzw. 1994 gab es natürlich einige Versuche auch das Fax zu digitalisieren. So sah zum Beispiel einen Versuch aus. Im Endeffekt ist es meistens daran gescheitert, weil Online-Händler bzw. auch Shop-Hersteller einfach viel zu kurz gedacht haben. Man sieht hier einen einfachen Shop mit Produkten, die man bestellen kann. Aber das hat letztlich das Fax nicht abgelöst, weil die meisten Leute denken da einfach viel zu kurz. Ein Fax ist nämlich viel mehr als einfach nur ein Rüberschicken von Bestelldaten. Weil bis ein Fax abgesendet wird, muss eben doch wesentlich mehr passieren. Es müssen erstmal von verschiedenen Stellen die ganzen Artikeldaten eingeholt werden, also so eine Art Sammelbestellung. Es müssen Budgets berücksichtigt werden und es gibt halt letztendlich auch Bestellfreigaben. Also müssen da mehrere Unterschriften runter, bis das überhaupt rausgesendet werden. Und genau da steigen die meisten Online-Shops halt aus. Wir aber natürlich nicht, weil mit Shopware 6 haben wir gesagt, wir wollen genau diese Herausforderung annehmen und wir wollen da eine Lösung schaffen. Und das haben wir eben mit der B2B Suite. Die B2B Suite versteht sich als mehr als nur ein Plugin im Enterprise-Bereich, sondern die B2B Suite ist ein Framework. Ein Framework, was letztendlich aus vielen Funktionalitäten besteht. Exemplarisch könnte man da jetzt einige nennen, wie man jetzt auch im Hintergrund bei mir sieht, eben von Schnellbestellung über Sammelbestellung hin zu Bestellfreigaben vereint die B2B Suite alles, was im B2B-Bereich aktuell relevant ist bzw. benötigt wird. Doch ich will heute eigentlich ein bisschen tiefer einsteigen und möchte jetzt nicht nur einfach die Theorie beleuchten, sondern ich möchte euch mitnehmen und einige Kundencases in der Praxis selber zeigen. Ich habe zum einen Freudenberg als Hersteller von Vlies und Textilstoffen mit über 4000 Mitarbeitern, die ihre Division Apparel komplett digitalisiert hat. Hier war es sehr wichtig, dass komplexe Hierarchien abgedeckt werden müssten. Zum anderen haben wir MedExpress als Fulfillment-Dienstleister für die Pharmaindustrie und das ist eben eine sehr, sehr sensible Branche und dort mussten eben auch komplexe Bestellfreigaben über Budgets und Kontingente abgedeckt werden. Und zu guter Letzt haben wir noch Elobau als Hersteller von Sensorentechnologien. Und da ist es eben für die Agrar- und für die Bauindustrie sehr wichtig gewesen, dass eben das Einfaches zu bestellen und dass eben auch wiederkehrende Bestellungen möglich sind. Also fangen wir mit Freudenberg an. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist Freudenberg bzw. die Division Apparel von Freudenberg für die Auslieferung von Stoffen, für die Textil- und die Fashionbranche zuständig. Die Herausforderung war in Folge dessen, dass es eben Kunden gibt, die verschiedene Produktionsstätten haben und natürlich dann da auch alles berücksichtigt werden muss. Es muss eben auch ein flexibles Rechte-Rollen-Management geben. Es muss aber auch ein flexibles Adress-Management geben, sodass eben auch jede Produktionsstätte zum Beispiel auch nur die Produkte zu ihren Adressen liefern kann, damit da einfach keine Fehler auftreten. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Man sieht jetzt, wie man sich in der B2B-Suite anmeldet als Geschäftsführer der Shopware AG, Stefan Hamann. Und dort hat man eben eine Art Dashboard und kann zum Beispiel jetzt auch in die Firma einsteigen. Dort habe ich eben ein Rechte-Rollen-Management, bedeutet, ich kann dort Regeln bzw. Rollen anlegen mit Regeln und kann eben diesen Rollen dann Kontakten zuweisen. In der Praxis sieht das wie folgt aus. Ich habe jetzt hier eine Regel angelegt, SCD, und habe dort die Möglichkeit zum Beispiel unter dem Rechte-Rollen-Management zu sagen, diese Rolle darf folgende Menüpunkte einsehen. Es darf zum Beispiel nur die Menüpunkte Adresse einsehen und zum Beispiel nicht die Firma, damit dort auch gar nicht erst irgendwie Schmuh betrieben werden kann, weil normale Mitarbeiter jetzt zum Beispiel nicht in die Hierarchien Einsicht haben sollten. Zum anderen habe ich eben bei der Rechnungsadresse und bei der Lieferadresse auch die Möglichkeit, verschiedene Adressen zu hinterlegen, sodass ich auch hier sagen kann, okay, es gibt zwei Weltmetropolen, ich füge aber nur eine hinzu, sodass dann eben auch nur nach Schöppingen bestellt werden kann. Wenn ich jetzt hier in eine Rolle reingehe, habe ich jetzt mich selber mal als Kontakt hinzugefügt und habe eben da eben nur noch die Schöppinger Adressen zur Verfügung und eben nicht die Adresse in London. Wenn ich mich nun als Lorenz Wenning anmelde, sehe ich direkt, dass ich eine reduzierte Ansicht habe, also dass zum Beispiel da oben nicht die Firma mit angezeigt werden und ich eben dementsprechend nur meine Bestellung eigentlich tätigen kann. Wenn ich jetzt in den Warenkorb reingehe, habe ich dort die Möglichkeit, meine Adressen zu pflegen. Also ich kann da zum Beispiel auch sagen, dass ich meine Rechnungsadresse umändern möchte oder meine Lieferadresse, habe auch dort nur die Möglichkeit, Schöppingen auszuwählen und zum Beispiel nicht London oder eben die anderen Adressen, die im Adressbuch sind, da dann auch zu nehmen. Heißt, Freudenberg hat eigentlich es geschafft, sehr einfach seine Bestellstrecke zu digitalisieren. Bei Mediexpress war es jetzt noch ein wenig komplexer. Mediexpress, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist ein Fulfillment-Dienstleister für die Pharmaindustrie. Pharmaindustrie bedeutet, das ist eine sehr, sehr sensible Branche und Mediexpress lagert eigentlich viele Produkte von den Pharmaindustrie ein. Und diese Pharmaindustrie hat meistens einen, oder die meisten in dieser Pharmaindustrie, hat einen Außendienst, hat einen Innendienst und einen ganz normalen Vertrieb und alle müssen eigentlich auf genau dieses Lager dann zugreifen. Und da ist eben die Herausforderung gewesen, dass es natürlich da Kontingente gibt, beziehungsweise auch Budgets gibt, sodass zum Beispiel der Außendienst nicht alle Produkte, die eingelagert sind, letztendlich dann auch abrufen kann, sondern dass es da auch eine faire Verteilung gibt, beziehungsweise es auch selber über eine Bestellfreigabe dann entschieden wird, wer welche Produkte jetzt überhaupt bekommt. Und um diese Herausforderung zu meistern, wurde eben mit dem Enterprise Partner Nexus United aus Langfeld zusammengearbeitet, um genau das auch umzusetzen. Wie sieht das nun in der Praxis aus? Ich melde mich dort als Geschäftsführer an, zum Beispiel als Geschäftsführer der Shopware AG wiederum, als Stefan Hamann und habe eben dort die Möglichkeit, in die Firmenstruktur wieder reinzugehen. Bedeutet, ich gehe wieder ins rechte Rollenmanagement und habe dort jetzt zum Beispiel schon eine Rolle angelegt. Der Außendienst hat mich selber da als Account zugewiesen und habe dort die Möglichkeit, Budgets anzulegen. Bedeutet, hier habe ich noch kein Budget angelegt, ich lege jetzt hier ein neues Budget an und ein Budget besteht immer aus einem Namen, einem Kürzel und letztendlich das wichtigste eigentlichen Betrag. In diesem Fall wären es jetzt 10.000 Euro, die dazu gewiesen wurden und diese 10.000 Euro sind eben über ein ganzes Jahr gestreckt. Der verantwortliche Kontakt dafür ist zum Beispiel jetzt Stefan Hamann, wenn es jetzt Bestellfreigaben gibt und dann kann ich das auch schon soweit abspeichern. Das Problem an der Sache wäre jetzt, dass ich rein theoretisch als Außendienstmitarbeiter im Januar schon für 10.000 Euro bestellen kann. Das ist nicht Sinn der Sache, weil dann hätte ich die restlichen 11 Monate gar kein Geld mehr und dementsprechend habe ich eben die Möglichkeit, über die sogenannten Kontingente das wiederum einzuschränken. Ich lege jetzt hier eine Kontingentregel an und wenn ich diese editiere, habe ich eben die Möglichkeit, dort diese Regeln zu hinterlegen. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich möchte dieses Budget eingrenzen, indem ich sage, ich möchte pro Monat nur für 1.000 Euro bestellen können oder der Kunde soll nur für 1.000 Euro bestellen können. Ich kann aber auch sagen, dass es jetzt nicht nur rein monetär ist, sondern dass ich auch sage, ich möchte jetzt nicht nur für 1.000 Euro bestellen, sondern ich möchte zum Beispiel auch sagen, dass ich nur aus der Kategorie in diesem Fall Tools bestellen möchte, weil alle anderen Kategorien sind für mich nicht relevant und dementsprechend kann ich so dieses Budget, was ich gerade angelegt habe, wiederum mit Kontingenten dann auch eingrenzen. Wenn ich mich jetzt als Laurenz Wenning anmelde, habe ich eben, wie auch gerade schon gesehen, erstmal eine reduzierte Ansicht. Ich habe jetzt hier schon einen Warenkorb vorbereitet und man sieht halt direkt, wenn ich in den Warenkorb reingehe, mir werden ein paar Fehlermeldungen angezeigt, weil ich meine Kontingente überschreite. Ich kann dennoch in den Checkout hineingehen und kann dort im Checkout dann eben eine Bestellfreigabe auslösen. Also nicht eine direkte Bestellung, sondern sozusagen um Freigabe bitten. Diese geht dann an Stefan Hamann, habe ich ja auch im Budget als Kontakt hinterlegt und der sieht dann eben in seinen Bestellungen, dass dort eine neue Bestellfreigabe auf ihn wartet. Diese kann er jetzt editieren bzw. öffnen und sieht dort erstmal alle Details, also was wurde wann bestellt und von wen. Und kann jetzt hier zum Beispiel die Anzahl umändern, weil er nur 15 braucht bzw. gesagt hat, dass 15 bestellt werden sollen und es einfach ein Fehler war. Ich kann jetzt hier auch noch einen Kommentar hinterlegen, damit eben ich als bestellende Person auch direkt weiß, okay, warum wurden da jetzt nur 15 bestellt. Wenn ich jetzt alles fertig habe oder das soweit fein ist, kann ich entweder diese Bestellung löschen oder ich kann sie eben freigeben, sodass ich dann als Stefan Hamann direkt wieder in den Checkout reinkomme und dann eben diese Bestellung auslösen kann. Zu guter Letzt habe ich noch Elobau mitgebracht. Elobau ist ein Hersteller von Sensortechnologie und hat letztendlich viele Kunden aus der Bauindustrie bzw. aus der Agrarindustrie. Also letztendlich sind es zum Beispiel Traktoren oder sind es Bagger, die Joysticks haben und das sind eben die Produkte, die Elobau herstellt. Elobau hatte eine ganz andere Herausforderung als Metexpress oder auch als Freudenberg, weil dort geht es nicht darum, dass man irgendwelche Bestellfreigaben hat, sondern da ging es eigentlich darum, wie kann ich meinen Kunden so einfach wie nur möglich durch den Shop leiten und wie kann der Kunde so schnell wie nur möglich bestellen. Die meisten Kunden von Elobau, die bestellen nämlich aktuell über eine Excel-Liste. Die ist so ein bisschen historisch gewachsen, da stehen alle Artikelnummern drin, die sind bekannt und das wird meistens rübergeschickt. Das ist aber für den Elobau ein riesengroßer manueller Aufwand. Zum anderen wird generell eigentlich wenig über die Suche oder über das Kategorie-Listing bestellt, sondern die Kunden kennen die Artikelnummern, die wissen überhaupt nicht, welche Produkte dahinter stecken, weil das einfach eine Liste ist, die wird zum Beispiel in den Einkauf gegeben und die kennen sich mit dem Produkt nicht aus und dementsprechend ist es auch notwendig, dass man direkt über die Artikelnummern ohne weiteren Schnickschnack bestellen kann. Und aus diesen Gründen hat sich Elobau auch für Shopware entschieden, für die Shopware B2B-Speed und hat dort mit dem Solution-Partner Basecom aus Osnabrück letztendlich diese Herausforderung gemeistert. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Ich melde mich wieder ganz normal als Geschäftsführer an, als Stefan Hamann und habe eben dann, wenn ich mich eingeloggt habe, die Möglichkeit in die Schnellbestellung hineinzugehen. In der Schnellbestellung wird genau das vereint, was ich gerade schon genannt habe, dass es eben sehr einfach möglich ist, eine Bestellung auszulösen. Ich habe jetzt dann wieder die Möglichkeit, über eine Excel-Liste zu gehen oder eben direkt die Artikelnummern einzugeben. Ich kann jetzt hier einfach eine Artikelnummer eingeben, wir werden auch ein paar Sachen vorgeschlagen, kann das dann auswählen und kann dahinter dann einfach eine Anzahl reinpacken. Diese Liste kann ich dann in eine Bestellliste umwandeln, ist jetzt noch nicht relevant, oder eben direkt in den Warenkorb, sodass ich dann auch direkt in den Checkout reingehen kann, ohne jetzt viel Zeit zu verlieren. Die andere Möglichkeit wäre eben, über eine Excel-Liste zu gehen. Heißt, eine Excel-Liste wird automatisch in einen Warenkorb umgewandelt. Ich kann jetzt diese Excel-Liste hochladen und automatisch werden alle Bestellpositionen dann hinzugefügt. Die kann ich jetzt natürlich noch editieren, wenn ich da was umändern möchte, oder ich kann noch weitere Sachen hinzufügen und kann dann auch diese Liste direkt in einen Warenkorb umwandeln. Und so war es eben für Elobau möglich, das soweit zu digitalisieren, dass Kunden nicht mehr bei denen anrufen, sondern halt den Online-Shop nutzen, um eben eine Bestellung auszulösen. Eine weitere Herausforderung, die Elobau hatte, waren eben die wiederkehrenden Bestellungen. Weil, was haben wir jetzt gerade gesehen? Im Endeffekt kann jetzt ein Kunde sehr einfach bestellen. Er muss aber rein theoretisch, wenn er jetzt keine Excel-Liste hat, muss er immer wieder alle Artikelnummern einfügen. Und das ist natürlich sehr zeitaufwendig. Deswegen war halt eine andere Herausforderung beim Projekt Elobau, dass eben wiederkehrende Bestellungen auch ermöglicht werden. Diese wiederkehrenden Bestellungen können eben auch über die B2B-Suite abgedeckt werden. Bedeutet, wenn ich mich dort anmelde mit meiner E-Mail-Adresse, habe ich eben nicht nur die Möglichkeit, die Schnellbestellung auszulösen, sondern habe eben auch da die Möglichkeit, sogenannte Bestelllisten anzulegen. Wir können jetzt hier in den Menüpunkt Bestelllisten hineingehen und hätten da eben die Möglichkeit, eine eigene Bestellliste anzulegen. Eine Bestellliste ist im Endeffekt nichts anderes als eine erweiterte Merklisten-Funktion. Ich habe eben hier die Möglichkeit, einen Namen zu vergeben und auch der Bestellliste ein Budget zuzuordnen, falls ein Budget verfügbar ist und kann eben diese Bestellliste editieren. Ich kann jetzt in dieser Bestellliste gleich der Schnellbestellung durch Produktnummern, kann ich eben die Produkte hinzufügen, kann da jetzt auch noch eine Anzahl dahinter packen und könnte dementsprechend damit dann meine eigene Bestellliste sozusagen erstellen. Der Clou an der ganzen Sache ist letztendlich, dass ich hier die Möglichkeit habe, sehr einfach mir umfassende Bestelllisten zu errichten. Also ich kann jetzt hier die ganze Zeit meine Artikel hinzufügen. Die bleiben nach dem Bestellen auch bestehen, sodass ich hier auch immer wieder darauf zugreifen kann, um zum Beispiel jetzt nur die Anzahl umzuändern. Zum anderen sieht man durch die Kommentar-Funktionalität, dass ich auch die Möglichkeit habe, mit mehreren Leuten an dieser Bestellliste zu arbeiten, sodass ich hier auch so eine Art Sammelbestellung umsetzen kann. Ich kann diese Liste jetzt exportieren oder kann sie automatisch in den Warenkorb umwandeln, in den Checkout hineingehen und hätte dementsprechend auch da einen Haken dran gesetzt, weil es eben möglich ist, Wiederkehren der Bestellung sehr einfach umzusetzen und das auch, indem mehrere Mitarbeiter in einer Liste arbeiten können. Das waren jetzt so die Cases, die ich mitgebracht habe. Da gibt es natürlich wesentlich mehr Cases und mit Shopware 6 sind wir natürlich drauf und dran, das auch immer weiterzuentwickeln. Deswegen die Frage, was steht als nächstes an? Aktuell arbeiten wir mit 300 Kunden zusammen, die die B2B-Suite einsetzen, sowohl Shopware 5 als auch Shopware 6 Kunden. Und wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen beziehungsweise auch mit den Agenturen, die die Projekte umsetzen, um eben da Feedback einzuholen und dementsprechend dieses Feedback zu verwerten und in Form von neuen Funktionalitäten auch mit in die B2B-Suite und generell auch das Produkt mit einfließen zu lassen. Und dazu wird euch später der Moritz-Vortrag zur Roadmap auch noch einige Punkte nennen, das eben nochmal aufführen soll, wie wir uns auch im B2B-Bereich weiterentwickeln möchten und was da alles noch so auf der Roadmap steht. Also schaut euch da gerne den Vortrag von Moritz an und ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass wir in naher Zukunft das Fax beziehungsweise auch alle anderen altbackenen Sachen damit auch ablösen können. Da bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bei Fragen kommen Sie gerne auf mich zu. Danke.